hallo und herzlich willkommen zurück zur weiteren folge von spider-man in der letzten folge haben uns um die letzten savel und verbrechenslager gekümmert und jetzt ist halt das einzige was wir tun können ist durch manhattan zu schwingen und die verbrechen zu machen und naja das hätte ich eigentlich auch gemacht also das hätte ich gern vor bevor wir uns hier die ganzen bevor wir die ganze hauptbissue machen das heißt diese folge schwingen wir einfach bisschen durch manhattan und schauen dass wir so viele verbrechen wie möglich hinkriegen ok holy shit spidey das wollte ich nicht und ich werde dann eventuell aufcam die restlichen verbrechen machen das dauert ja viel zu lang ich weiß nämlich nicht was passiert damit ich weiß nämlich nicht wie lange wir die hauptstrahl noch spielen also würde ich gern davor als abschließen also diese verbrechen hat prima ich bin wieder unsichtbar da drüben von gegner fern stößen habe ich dich erschreckt es geht ganz einfach fertig was beide das eigentlich macht das wundert mich schon ich dachte ich hätte was gehört was spider man ist hier broider nach unten ich hoffe dass wir die restlichen verbrechen alle schaffen also alle machen können auch werden also dämonen verbrechen normale verbrechen alles diese das war wie ein schräger moderner wester gesetzes hüter eingekesselt im städtischen canyon die pia jay schweinespinne davon ist noch einer zwar finde ich gut dass jetzt die ganze verbrechen kommen auch kranke menschen sind auf die nahrung angewiesen du hast diese dose brügel vergessen komm und dann kriegt er halt den ab das macht er ja ja es leh okay gut down durch ja what the fuck war denn der mann muss jede menge jobbörsen besuchen auch im silber save wir besiegen doch gerade normale verbrecher oder auch das sind selber selber typen wo der fachs in den ganzen gut so und die waren fertig jetzt sind hier nur noch selber verbrechen also müssen wir die finden wo können die denn sein ja gute frage kommt schon für den bezirk auch abschließen wenn ich auf der minimap sehen könnte wo ich mich befinde ja 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 okay ja ja ich wollte dass ihr euch gegenseitig macht das sieht cool aus ja egal jetzt muss ich die save verbrechen noch machen hier in diesem bezirk ich kann den posten nicht aktiv ja wir müssen mal über grenzen reden so dauer mit dir okay das geht ja easy eigentlich gut noch zwei bin ich nicht fertig doch ich war doch fertig mehr anscheinend nicht alles klar ich dachte ich war fertig es kann doch die animation aber es wurde nicht abgeschlossen zivilisten unter druck zu setzen ist nicht new york style euch ist schon klar dass ihr die bösen sagt ja einander geklebt geil mal wieder danke dafür da lass mich doch mal kurz ausruhen und gucken wo zum gleichen uns gar nicht gut fertig jetzt ja das hat davor echt nicht gezählt ja noch eine stufe dann habe ich glaube ich voll max ja komm what the fuck geht hier denn ab gefährlich aus und ja 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 gut passt es er war gut so ich glaube da hinten ist das letzte für diesen gebiet Diese Sable Jungs sind viel ... Sorry, hab mein Ausweis vergessen, aber ein Tritt in den Hintern beweist, wer ich bin. Ich komme. Ähm. 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 Ja, das wird aber schwierig hier. Gut. Ähm. Mach ich nicht. Ach komm. Komm schon. Dauern. Jetzt. Hälzer. So. Da ist es auch fertig. Dann gehen wir jetzt nach unten. In die Richtung. Ja. Klar ist es wahrscheinlich jetzt nicht schön zum zugucken, aber äh. Diese Folge machen wir das jetzt noch und äh. Dann nächste Folge. Schau mal, dass wir das fertig haben. Also jetzt mach ich auf cam. Ich bin noch nicht drin im neuen Gebiet. So. Jetzt. So. Irgendwo hier. Ops. Hab eins schon hier markiert. Da wurde schon eins markiert. Man könnte meinen, ihr seid keine Fans von Rikers. Komm. Das ist geil, was hier gerade passiert. WTF. fertig gut fertig es ist doch euer zweites zu hause umdrehen ich krieg schon wieder die falsche richtung oder ich fliege schon wieder in die falsche richtung das ist das letzte verbrechen normale danach kommt noch selber sorry dass ich den romantischen abend unterbreche ja ich schon anscheinend das ist voll geil dass es mit der story bei mir so funktioniert so du kriegst das maul fertig die stadt fällt auseinander ich muss sie und auto schnell stoppen ja und es wenn es geht sehr schnell spidey da hinten ist ein verbrechen von sable ja ich glaube schon dass es ein eilzug durch die stadt ist umschlagen so keine ahnung warum nicht weil du keine freude werde ich nicht so viele leute mögen glaube ich so wo der hell kamen die ganzen schüsse her die sind echt auf angriff aus die ganzen leute hier ich so sind es nicht so viele verbrechen alter auf irgendwas spannenderes gehofft also mehr abwechslungsreich ist es sind halt verbrechen die sable agents gehen zu weit macht das mit denen die sich wehren können abwechslung 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 also so so drüben sind noch ein paar料 da fällt mir jetzt ein dass ich dich auch noch gibt das letzte glaube ich tatsache du warst Das ist echt das letzte? Ja, glaube ich auch nicht, Speedy. Ähm. Im Herzen von Manhattan. Eine Dystopie aus den Filmen der 70er wird Realität. Warum tut die Polizei nichts dagegen? Hohoho! Das wird ihnen nicht gefallen. Die Sträflinge haben einen Konvoi mit Waffen und Munition für die Behörden überfallen und alles gestohlen. Die Polizei wird bedroht mit ihren eigenen Waffen. Und das ist der entscheidende Punkt. Wir werden sehen, ob Sable International und Spider-Man die Beschützer sind, die sie angeblich sein wollen. Diese Verbrecher verstecken sich nicht. Sie sind sichtbar, fordern eine Festnahme heraus. Und wir warten! Es ist nicht so einfach, wie du denkst, mein Lieber. Ich kann den Posten nicht aktiv lassen. Ich versuche, ihn heimlich zu schließen und niemanden zu gefährden. Oh, eine Dachparty für mich? Mit Suchscheinwerfer und allem? Hey, auf den Boden, sofort! Und du bist down. Alter, das ist easy gerade. Es wäre schön, wenn Sable ihre Agents zurückpfeifen würde. Machen sie aber nichts. Da ist das letzte Sable-Verbrechen. Diese Sable-Wachen dürfen Unschuldige nicht quälen. Offensichtlich gibt es eine Besieg-Einem-Pick. Zehn Gratis-Angebot auf Sable-Agents. Gut, hier. Gut. Gut. Gut, warte, es geht hier ab, ey. Mhm. so jetzt zwar ist es auch schon wieder fertig 1 1 2 3 noch 1 2 3 4 5 6 es ist nicht so ist nicht so wenig es könnte relativ bisschen dauern aufgaben aber egal dann schaue ich jetzt nach einem sicheren plätzchen zwar da hier so ich würde sagen ich bin die folge hier viel dank fürs zuschauen und ich werde mal schauen dass ich alle verbrechen auf cam schaffe für zuschauen ja klarius